Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Algebra Leichtgemacht. Heute zeige ich euch, wie man ein Gleichungssystem von zwei Gleichungen mittels des Additionsverfahrens lösen kann. Dazu stelle ich euch kurz ein Gleichungssystem vor. Unser Gleichungssystem heißt 2x plus 3y ist gleich 8. Das ist unsere erste Gleichung. Die zweite Gleichung, minus 2x plus 4y ist gleich 20. Die zweite Gleichung. Ziel des Additionsverfahrens ist es, durch Addition der beiden Gleichungen eine der beiden Variablen zu eliminieren. In diesem Fall ist das ganz einfach. Ich kann lediglich 1 plus 2 addieren. Und da 2x minus 2x0 ist, habe ich bereits eine Variable eliminiert. Aus 3y plus 4y wird 7y. Und aus 8 plus 20 wird 28. Nun brauche ich nur noch die Gleichung durch 7 zu teilen. Und kriege als Ergebnis y ist gleich 4. y habe ich berechnet. Jetzt muss ich y nur noch in eine der beiden Gleichungen einsetzen, um x zu berechnen. Dazu wähle ich die erste Gleichung. y in die erste Gleichung eingesetzt. 2x bleibt bestehen. Für das 3y schreibe ich jetzt 3 mal 4. Das Ganze ist gleich 8. Ich füße nun die Gleichung auf, indem ich die Klammer ausmultipliziere. Das gibt 2x plus 12 ist gleich 8. Jetzt bringe ich die 12 noch auf die andere Seite. Damit haben wir 2x ist gleich minus 4. Und das Ganze muss ich jetzt nur noch durch 2 teilen. x ist gleich minus 2. Und somit habe ich schon die Lösung von meinem Gleichungssystem. Die da lautet minus 2 und 4. Das war's.